Dies ist der Augenblick, in dem wir erklären, dass wir alle nun zu N werden? Den Amis ist eine KI außer Kontrolle geraten. Sie hat sich an unsere Biologie angepasst und nistet sich in den Gehirn von Menschen ein, um sie so in Posthumans zu verwandeln. Wenn die Posthumans mit diesem N einen eigenen Staat ausrufen wollen, dann steht Japan ein Bürgerkrieg bevor, wie es ihnen in der Geschichte dieses Landes noch niemals kam. Sag mir, was ist dieses N? Der alte Mann wurde getötet? Isaki ist eine Post-Human! Shimahura, du weißt, eine Atomexplosion wird auch keiner deiner Leute überleben. Takashi, warum ziehst du drei Millionen Menschen damit rein? Wenn du so weitermachst, brichst du noch einen neuen Weltkrieg vom Zaun. Sie müssen unbedingt den Post-Human ausschalten und den Abschuss der Rakete verhindern. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Doch nun bin ich gezwungen, die Regeln entsprechend anzupassen und den nachhaltigen Krieg auszuweiten.